Und im Namen des Regionalforums Altreich und des Zentrumsforums Bacau möchten wir Herrn Dr. Klaus Fabrizio und Fabrizio ein Diplom verleihen. Dort haben Sie ein Diploma, und die Dr. Fabrizio sind nun mal der Forum oder der Regionalschia-Forum oder Bacau. Vielen Dank und bitte in der Pause, wenn Sie gerne eingeladen, die schönen Bilder sich anzuschauen. Jetzt möchten wir weiter mit dem Kulturprogramm und wir laden den Kinderchor Harmonie aus Piatra Neams. Azi invitam, să zicem, pe scenă, la Chiară de Cădabie pe scenă, corul de copii al Forumului German din Piatra Neams, corul Harmonie, condus de doamna profesoară Elena Oboruceană.